Yo Leute, was geht? Euer Ayo, jetzt gehen wir wieder am Start mit MC4 Gameplay und ja, ich muss nur schauen, was für Gameplay ich hinten tue, aber auf jeden Fall ist es irgendwas mit, keine Ahnung, mit Jokey und Headshot oder wie ihr heißt. Entschuldigung, das ist ein richtiger Aussprache, aber kein Plan. Auf jeden Fall, ich habe immer wieder ein Thema gefunden, einen hat mir geholfen als Paul Ringo. Auf jeden Fall, mein heutiges Thema ist Konsole oder Mobile sozusagen. Und ich muss sagen, zur Zeit ist es mein Favorit Mobile, weil bei PS4, ich war bei PS4 und da gibt es echt keine geilen Spiele zur Zeit. Ich meine, es gibt Infamous Second Sun, es ist so ein geiler Spiel, aber ich habe es leider schon durchgespürt. Und es gibt natürlich keine gescheiten Spiele, das ist ja die Ghost, das ist scheiße. Es ist so, es ist Black Ops 2 für geiler. Battlefield 4 ist auch nicht besser als Ghost. Ja, es ist eigentlich, mir kommt wieder vor, ich zeige mehr jetzt am Handy als auf der Konsolen, das ist voll krass. Jetzt bin ich wieder mehr auf dem Handy aktiv. Wie vorher, vor ein paar Tagen war es noch mit der Konsolen, aber ich habe keine Ahnung. Mir geht es zur Zeit, es ist ziemlich am Arsch, es ist COD. Und ja, deswegen mache ich eigentlich lieber Mobile. Und was ihr jetzt noch sagen wollt, ich weiß nicht, ob es hört, aber ein bisschen Musik hinten dazu. Dann schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr findet, wenn ihr ein bisschen Musik im Hintergrund auch nicht tue. Und ja, dann. Ja, kommen wir wieder zurück zum Thema. Ja, Konsole oder Mobile? Also es ist halt bei der Konsole so, dass viel mehr Leute spielen oder halt auf der Konsole aktiv sind und eine Konsole haben. Und deswegen ist in YouTube der Konsolenbereich mehr, da gibt es halt mehr Leute, die auf das schauen und mehr YouTuber. Und es ist aber auch kein Nachteil, muss man sagen, weil dann kann man mit Mobile, wenn man mit YouTube anfangen will und irgendwas mit Konsole oder Mobile, kann man noch mit Mobile anfangen, weil es nicht so viel gibt. Und da hat man dann noch eine Chance auf Erfolg. Und genau das ist es. Und das heißt bei Konsole nicht mehr. Du musst echt gut sein, immer viel hochladen. Und ja, und das schaffst bei Mobile, schaffst es leichter, als wie bei Konsole. Wollst bei Mobile auch nicht leicht ist, weil nicht die Community so viel vertreten ist. Und das ist wieder der Nachteil. Dann, was das nächste ist, wo ich bei der Konsole einen Punkt gebe, ist generell die Koop-Spiele. Es gibt ja Left 4 Dead zum Beispiel, das ist extrem geil auf der Konsole, aber das gibt es ja noch PS3. Ja, es gibt so viele Koop-Spiele, mich fangen gerade keine ein, aber es gibt wirklich genug. Und das ist, ja Koop-Spiele kann man auch mit Ghosts vergleichen zum Beispiel. Aber ich meine halt so Koop, wo du mit einem Freund spielst und gegen einen Computer generell jetzt spüren musst. Und das ist halt bei Mobile nicht. Und bei Mobile gibt es einfach nicht so viele Spiele, die was geil sind. Und es gibt, Gameloft ist eigentlich fast das Beste auf dem Handy, weil Gameloft hat Modern Combat, Gameloft hat glaube ich auch Spiderman. Und ja, Gameloft ist einfach, kommt mir vor, die was am meisten produzieren und die besten Spiele haben. Und das ist auch so. Aber es gibt auch von manchen, zum Beispiel Geometry Dash. Das ist eine abwechslungsreiche, jetzt kann ich nicht mehr reden, Alter. Abwechslungsreiche, oh shit, Alter, ich scheiß drauf jetzt. Auf jeden Fall ist Geometry Dash einfach ein gutes Spiel. Und das kann man zwischendurch einmal so spielen, wenn man auf dem Bus wartet oder keine Ahnung, etc. Und ja, das finde ich halt auch geil, weil nur Modern Combat wird dann auch langweilig. Und das ist das gleiche wie bei Konsole. Bei Konsole wird Call of Duty manchmal auch langweilig, deswegen braucht man auch was anderes. Und bei Konsole hast du leider die Abwechslung, weil es so viele, ja, kann man auch Firmen sagen, nein, Publisher, genau. Weil es so viele Publisher gibt, die was Spiele für Konsole machen. Und das ist bei Teams natürlich der Nachteil. Ja, es ist immer neugierig, ob sich Mobile wirklich noch so entwickelt wie Konsolen, dass solche Spiele danach kommen. Und ich meine, du kannst jetzt mit dem Jailbreak, kannst du schon PS3-Controller mit deinem iPhone verbinden. Wisst ihr, was das heißt? Das ist, wenn du zum Beispiel jetzt ein iPad hast oder, keine Ahnung, das iPad Air und du hast das Jailbreak und du spielst dann mit dem Controller, zum Beispiel Mono Combat, das ist ja dann, kommt schon so konsolenartig hin. Ich meine, die Leistung ist nie da, das ist klar, weil Mobile, denkst du mal, wie groß so ein Handy oder ein Tablet ist und denkst du mal, wie groß so ein PS4, PS3, Xbox ist und das ist es. Und deswegen kann man nicht so gute Spiele machen oder, ja, man kann zwar schon gute Spiele machen, aber die Grafik und das alles, das geht bei Mobile nicht so wie bei Konsole. Und da muss ich jetzt sagen, finde ich, ja, ich finde Konsole geil und Mobile, muss ich sagen. Bei Konsole finde ich die Koop-Spiele, wie gesagt, geil und generell zum Beispiel in Famous Second Sand, das ist so ein geiles Spiel. Da müsst ihr euch mal Let's Play oder so anschauen. Also es ist wirklich, ähm, wirklich mit Komfort, es ist das beste PS4-Spiel, was es bis jetzt auf dem Markt gibt. Ähm, und ja, ist eigentlich meine Meinung zur Konsole und Mobile, ihr könnt gerne mal einschreiben, ob ihr eine Konsole zum Beispiel daheim habt, weil ich schätze mal, die meisten, was Mobile, ähm, Computer oder so zocken, werden die meisten, ähm, wahrscheinlich keine Konsole haben. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man keine Konsole hat. Ich meine, ich habe, ähm, früher Xbox gehabt und ich muss ehrlich gesagt sagen, bei der Xbox, bei mir hat das so angefangen mit dem, ähm, Suchten. Hat eigentlich angefangen mit dem Crysis 3, da habe ich dann, haben wir dann so eine, wie heißt das, Gold-Mitgliedschaft, genau, gekauft und da hat es dann eigentlich richtig angefangen zum, ja, dass ich mit Konsole anfange zum zocken, weil sonst, ich war eigentlich immer Mobile und dann habe ich gedacht, warum nicht einmal so eine Crysis, aber da habe ich richtig immer abgekackt, ähm, da war ich nie so gut, aber, ja, was soll man machen? Auf jeden Fall, das war mal wieder zu Konsole oder Mobile, also ich bin für beides, es ist abwechslungsreich, wenn man beide Sachen hat, Mobile und Konsole, und, ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus, ähm, schaut auf jeden Fall beim, ähm, Apex Climb vorbei, ähm, ich werde da noch ein Kommentar machen, ich weiß nicht, wann das oben ist, oder wie generell ich die aufgeladen werde, ähm, es wird das gleiche, Gameplay sein, weil ich nicht so viel Gameless zur Verfügung habe, aber, ich hoffe, das ist nicht so schlimm, und da kommt dann noch ein Kommentar beim Clan, weil die auch verlinkt sind, da ist, äh, in der Videobeschreibung ist der Clan, dann auch verlinkt, schaut vorbei, es ist schon ein Sniper, ähm, ähm, äh, wo ist das hinten los, bitte, äh, Sniper Gameplay oben, ähm, nice gemacht für, ich weiß nicht, ob er das erste Mal, das gemacht hat, so ein Video, auf jeden Fall, ähm, ich bin der erste, was ein Kommentar da macht, schaut vorbei, ich bin raus, Leute, ciao!